So Leute, willkommen zur Runde Nummer zwei hier im Fotobattle gegen Lorraine mit Robin. Ihr seht schon, neues Outfit, mega cool. Immer noch die Phase One, wo ist sie? Da, warte, Vorsicht, soll ich dir helfen? Boah, krass, immer noch die Phase One, immer noch das 45mm. Wir hätten auch die Möglichkeit auf ein 80 zu wechseln, haben uns dagegen entschieden, weil die Location einfach so cool ist, dass es schade wäre, wenn man durch so eine Brennweite, ja, man kann auch weiter nach hinten gehen, da hat man mehr auf dem Bild drauf, aber es wäre einfach ein bisschen schade, deswegen bleiben wir bei dem 45mm Objektiv und sind gespannt, was für krasse Scheiße wir jetzt hier machen. Ich habe Scheiße gesagt. Lorraine fängt in dieser Runde an, weil ich ja letztes Mal angefangen habe. Lorraine, ich gebe dir einmal das Mikro. Dann laufen eure fünf Minuten, jetzt viel Spaß. Okay, komm, wir gehen erstmal nach vorne. Ich würde jetzt sagen, komm mal einen Schritt näher, näher an den Wurf. Warte, ich komm mal näher. Ich würde jetzt einmal die Jacke ausziehen. Ausziehen? Ja. Und die Brille und dann hier vorne einmal hin. Ne, du, du, ich nehm es. Ja, gehen wir so ein bisschen weiter nach hinten, ja. Stell dich mal an, ich schreibe oben. Und lehne dich hier vor. Ja, erstmal so, genau. So ist auch gut. Ich mach mal einmal gegenwisch. Hier vor. Warte mal, ich schreibe oben. Warte mal, ich mach mal. Schreck mal die Füße noch weiter zu mir. Eine Minute. Eine Minute. Gib mir mal die Jacke wieder, dass er sich so umhängt. Ja. Komm mal, ich schreibe auf mich zu noch. Ja. Wo? Zeig mir mal, du hast doch da irgendwo was draufgeschrieben, ne? Mach das mal irgendwie genau. Ja, und so ist cool. Ja, super cool. Vorbei. Ach, Manno. So ein Flow. Mit seiner wenigstens vor. Nein, wir haben noch nicht Widerlies gesehen. Hallo. So, ähm, meine fünf Minuten, Lorraine. Ich bin nicht ready und ich werde es auch nie sein mit der Phase One. Aber, wenn du willst, kannst du den Countdown starten. Okay, Robin, komm mit. Ich habe schon öfter hier geshoot, aber ich finde es einfach geil, wenn du dich mittig hier hinstellst. Mega. Komm, komm, setz dich mal hin. Setz dich mal hin. Dann muss ich nicht so hoch, weißt du? Dann treffe ich leichter so ein bisschen. Ich komme noch mal. Warte. Warte, lass uns mal hier zum Busch gehen. Genau. Ja, perfekt. Du hast auch überall Sonnenlicht, ne? Da können wir... Nee, passt. Komm mal näher hier hin. Ja. Versuch mal so ein bisschen Lensflair. Super. Komm mal ein bisschen nach da, Robin. Boah, das Ding ist so schwer, Lorraine, Respekt, crazy shit. Lass uns mal trotzdem vor diesem Plexiglas mal machen. Nichts tun, ja doch, geh ruhig ganz nah ran. Komm ein bisschen nach da, ich brauche diese Stange da nicht. Stopp. Ja. Ja, das ist cool. Sehr, sehr geil. Okay, ich würde gerne auch das ausnutzen mit dem schwarzen Outfit einmal und der coolen Sonnenbrille, ey. Warte, wir gehen mal zu diesen Glasdingern. Oh, hier kommt sogar Licht durch. Wenn du ein bisschen nach vorne kommst, ja, das sieht geil aus. Sehr cool. Komm mal zu mir, komm mal hier hin. Ja, perfekt. Kannst du mal die Sonnenbrille so runter machen, also zu mir, ja, perfekt. Mega. Wurde ich mit beiden Händen einmal vielleicht so. Ja. Super. Ja, das in der, genau, in der Sonne. Bleib mal ruhig, guck mal zu mir, den Blick zu mir. Super. Sollen wir noch mal anziehen? Ja. Super. Ich guck mal. Ja, doch, passt. Sehr cool. Okay, lass uns die letzte Minute noch mal was, äh, ich komme einfach mit, okay? Und hoffe, dass da irgendwas dabei ist. Ja, Robin, äh, mega cool. Ich, äh. So, das war's von Runde Nummer zwei hier im Fotobattle. Ihr habt gesehen, wie viele verschiedene Locations es nur an dieser einen Location hier gibt. In Gütersloh. Mega cooler Spot. Ja, ich kannte ihn schon ein bisschen. Und trotzdem haben wir hier mega viele neue Sachen entdeckt. Ich hatte auch ein ganz anderes Model. Robin mit so einem krassen Mantel, der einfach überall irgendwie ganz gut passt. Dann nochmal da drunter. Also, ich fand's mega, Lorraine. Ich auch, total. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, Robin, vielen Dank. Mega cool. Und jetzt kommt der schwierigste Part für euch. Ihr müsst euch entscheiden, welches Bild ihr besser findet. A oder B. Über das kleine I könnt ihr voten. Und wir sehen uns dann nächste Woche in der dritten und letzten Runde wieder. Wenn es heißt, let the battle beginn. Oder end. Oder end. Was willst du? Was willst du? Mach die Kamera aus. Mach die Kamera aus.